Die Musik der Jazz 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 Das wäre die eine Möglichkeit des Jazz von 1967. Eine Musik, der ein einigermaßen Jazz bewanderter Zuhörer leicht zu folgen vermag, ihre melodischen Verästelungen und Verflechtungen leicht verfolgen kann. Nun die Alternative, eine Klangorgie im avantgardistischen Freistil, dargeboten vom Peter-Brötzmann-Trio. Ich darf Ihnen vorstellen, Aldo Romano Schlagzeug, Peter Kowalt Bass und Peter Brötzmann Alt- und Tenorsaxophon. Die Musik der Jazz 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 Die Jazz Ich möchte Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne eine kleine Atempause nach diesem Klanggemetzel gönnen und bei dieser Gelegenheit die Gesprächsrunde vorstellen. Wir haben rechts außen Herrn Dr. Ingolf Wachler, seines Zeichens Jazz Publizist bei Radio Bremen, ihm zur Seite Werner Burkhardt, Jazzkritiker der Tageszeitung Die Welt und sein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Ulrich Olshausen. Zu meiner Linken, ein Plattenproduzent, der nicht nur Free-Jazz und Pop-Jazz und Beatmusik produziert hat, sondern auch als Produzent des Klaus-Doldinger-Quartett betreut, Siegfried Loch. Dann den Musikredakteur des Spiegel, dann den Musikredakteur des Spiegel, Felix Schmidt, der, wie man sagt, mehrfach den Jazz totgesagt haben soll und ganz links außen einen jungen Jazzkritiker, der sich intensiv mit der Sprache des Free-Jazz beschäftigt hat, Manfred Miller. Und an Ihnen geht meine erste Frage. Wie, glauben Sie, ist das Verhältnis heute ungefähr zwischen der Free-Jazz-Avantgarde und dem herkömmlichen Jazz auf der Jazz-Szene? Das ist ganz unterschiedlich. In den Clubs ist der Free-Jazz sehr gut vertreten. Ich würde sagen, weit mehr heute fast als der Pop-Jazz, wenn wir uns auf diese Terminologie einigen wollen. In Konzerten ist Free-Jazz fast ausschließlich nur auf Festivals zu hören, also sehr selten zu hören. Und Platten, ich würde sagen, 9 zu 1 für den Pop-Jazz etwa, was die Verkaufszahlen zumindest angeht. Man kann aber sagen, dass der Free-Jazz doch einen Teil der Jazz-Szene heute ausmacht. Doch einen, doch recht großen Teil, würde ich sagen. Herr Olshausen, seit wann gibt's Free-Jazz? Tja, die Frage ist insofern schwer zu beantworten, als so frei der Free-Jazz ja auch heute nicht ist. Und wann man jetzt... Ja, sagen Sie einmal eine markante Jahreszahl oder ein markantes Ereignis, das diese ganze Bewegung in Gang gebracht hat. Ja, ich würde die Bewegung nicht so isoliert sehen, wie das aus Ihrer Frage spricht. Das ist eine ganz stetige Entwicklung. Der Jazz ist immer freier geworden. Und ab wann man ihn jetzt Free-Jazz nennt, das ist wirklich eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Möchte jemand das beantworten, diese Frage, Herr Burkhardt? Beantworten nicht, aber vielleicht könnte man sich als Arbeitshypothese darauf einigen, etwa mit dem Erscheinen der ersten Ornett-Coleman-Don-Cherry-Platten so etwas wie einen großen Einschnitt zu sehen. Ja. Denn die ersten alarmierenden Sachen von Coltrane waren zweifellos auch schon sehr umstürzlerisch. Aber dieses Gefühl, dass der Jazz zu völlig neuen, freien Landschaften aufbricht, hat man, glaube ich, mir persönlich, ich kann von mir nur sprechen, hatte ich zum ersten Mal bei den Ornett-Coleman-Platten mit all diesen Beitönen von Skepsis und abwartendem Wohlwollen und teilweise Entsetzen, was ja einen großen Teil auch der aufgeschlossenen Jazz-Freunde bewegt bei dieser Gesellschaft. Ich möchte gerne, da ich hier nun vereinfachen muss, um einfache Dinge mitzuteilen, gerne auf diese Jahreszahl mich festlegen. Vielleicht sagen wir 59, sagen wir 60. Ja, 59, 60. Also dann beginne der moderne Jazz mit Charlie Parker etwa 1945 und diese Free-Jazz-Periode 1960. Ja. Glauben Sie, Herr Miller, dass es eine historische Notwendigkeit für den Free-Jazz gibt? Ja, das glaube ich wohl. Der Free-Jazz ist zunächst genauso entstanden wie jeder andere neue Jazz-Stil auch. Er kam aus dem Bedürfnis der Musiker zu einer neuen, nicht verbrauchten musikalischen Sprache. Nur qualitativ ist hier insofern etwas anderes passiert, als der alte moderne Jazz, wenn ich das so sagen darf, praktisch bis an die äußersten Grenzen der Möglichkeiten einer tonalen Musik gegangen war. Also einer Musik, die sich auf die normalen zwölf Töne europäischer Musik mit den berühmten Abwandlungen des Jazz-Halb-Blue-Notes bezogen hat. Das heißt, hier ist ein ganzes System plötzlich erschöpft gewesen und die Musiker, die den Free-Jazz jetzt für sich als neue Sprache gefunden haben, mussten ein ganz neues musikalisches Material finden. Aber das ist natürlich schon wieder eine andere Frage. Das ist eine neue Frage und ich möchte die Frage gerne stellen, was geschieht musikalisch in diesem Free-Jazz gegenüber dem, was wir bisher im Jazz gekannt haben? Ja, nun das Klangmaterial des Free-Jazz ist zunächst einmal jedes mögliche und denkbare Geräusch, was sich eben auf den Instrumenten erzeugen lässt, die zur Verfügung stehen. Das haben wir deutlich gehört eben bei Herrn Beutzmann. Und es ist klar, dass Geräusche sich nicht mehr so wie ein tonales Material organisieren lassen. Bei Geräuschen muss man auch von der Chorusform absehen. Die Chorusform beruht ja auf einer bestimmten harmonischen Folge, die immer wiederholt wird. Geräusche können nicht mehr in Wiederholungen organisiert werden, sie können nur noch entfaltet werden in Klangstrukturen. Demnach liegt hier also eine Strukturierung des Materials, eines möglichen Tonmaterials, eines Geräuschmaterials vor. Und es ist nicht so, dass hier nur zufällige Töne aneinandergereiht werden, sondern Sie hören Strukturen heraus. Ja, das sind deutliche Entwicklungen der verschiedenen Ebenen, die ein Klang besitzt. Ein Klang hat Dauer, er hat Farbe, er hat eine bestimmte Lage im Tonraum. Ich würde sagen, dass da doch Entwicklungsmöglichkeiten auf diesen verschiedenen Ebenen sind. Kontrast oder Steigerung oder Wiederholung natürlich auch. Das sind Möglichkeiten, Strukturen zu bilden. Gut, man kann also, Herr Burkhardt, man kann hören, ob ein Free-Jazz-Stück gut oder schlecht ist. Ich glaube, ja. Aber man muss wohl erst noch Hörkriterien entwickeln, die bisher im bisherigen Jazz nicht immanent waren, also für diese neue Form. Man muss sich hineinhören, oder? Ja, das muss man zweifellos. Und da fangen natürlich ein wenig die Schwierigkeiten an und die Schwierigkeiten kritischer Art, die man hat. Ja, wir wollen die kritischen Dinge zurückstellen, bis wir noch ein Stück von Herrn Protzmann gehört haben. Aber ich möchte die Frage nun an Ihnen richten. Herr Protzmann, warum spielen Sie Free-Jazz-Stück dieser Art? Und wie sind Sie dazu gekommen? Warum ich so spiele, lässt sich nicht sehr konkret ausdrücken. Einfach, weil ich spielen muss, weil ich nichts mehr anders spielen kann und nichts mehr anders spielen will. Und wie ich dazu gekommen bin, an sich ist das eine Entwicklungsfrage. Ich habe auch begonnen mit Dixieland und Swing und Hard-Pop und was weiß ich. Aber auf die Dauer reicht das einfach nicht mehr aus, was man mit den Mitteln machen kann. Man spielt nur noch Klischees fast. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die auch noch Hard-Pop und so weiter sehr gut spielen, davon ganz abgesehen. Aber bei mir war das so, ich hatte von Anfang an was anderes vor und ich bin eben im Laufe dieser Entwicklung dazu gekommen. Und was tun Sie auf Ihrem Instrument? Würden Sie aus Ihrer Sicht uns die technischen Mittel des Free-Jazz noch in ganz kurzen Zügen zu erklären versuchen? Die technischen Mittel sind natürlich anders gelagert als bei der herkömmlichen Spielweise. Ich bin Autodidakt und habe an sich nie irgendwelche Stunden gehabt und nie irgendwas gelernt. Ich habe bloß immer gewusst, was ich spielen wollte, oder meistens jedenfalls, und habe danach meine Technik entwickelt, die mein ganz persönliches Eigentum ist. Und sicherlich weiß ich genau, die Töne, die ich spielen will, die kann ich spielen und die ich in dem Augenblick brauche, indem ich sie spiele, dann sind sie da. Wir werden gleich Sie bitten, noch ein Stück zu spielen, um das zu erläutern. Dann aber vorher noch eine ganz kurze Frage. Wie ordnen Sie sich selbst in die Free-Jazz-Bewegung, die ja heute von Amerika bis nach Sowjetrussland geht, ein? Sehen Sie sich als ein Außenseiter oder sehen Sie sich als Teil eines breiteren Stroms? Das auf jeden Fall. Und es gibt also ähnliche technische Entwicklungen, wie Sie sie auf Ihrem Instrument vorlegen, auch bei anderen Musikern? Ja, vielleicht nicht in diesem Extrem, aber die Ansätze sind bei sehr vielen Leuten da. Und andere auch zeigen, dass es mit anderen Möglichkeiten auch geht und dass man auch zu einem Ergebnis kommt. Danke. Dürfen wir jetzt noch ein Stück hören? 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich möchte, bevor wir Herrn Brötzmann zum Abschuss freigeben, indem wir alle kritische Fragen an ihn stellen wollen, jeden von Ihnen zunächst einmal bitten, Ihren Eindruck von dieser Musik vielleicht ganz kurz in einem oder zwei Sätzen zusammenzufassen und vielleicht fangen wir wieder mit Dr. Wachler an. Tja, ich möchte dabei in Bremen bleiben und möchte sagen, mir war so, als ob ich auf der Sögestraße eine Massenkatastrophe erlebt hätte. Jedenfalls war der Eindruck bestimmt kein musikalischer. Herr Burkhardt? Sehr eindrucksvoll als Versuch einer radikalen Selbstverwirklichung, aber mit starken Gefahren in der Richtung, die Hans Gerdberg einmal vom NDR sehr liebenswürdig und sehr vernichtend zornige Etüden genannt hat. Herr Olshausen? Ich empfinde den Free Jazz nicht als so form- und bindungslos, wie er meistens hingestellt wird. Es sind neue und andere Formen der Elemente, für die man ein gewisses Gespür entwickeln muss, aber diese Elemente sind eben auch da. Klar, man wirft sich keine Motive mehr zu, wie das früher war, aber man vollzieht Intensitätsbögen, zum Beispiel gemeinsam. Und es ist ein sehr viel tieferer Dialog, der hier stattfindet, als das früher der Fall war. Danke, Herr Loch. Ich bin kein Gegner des Free Jazz. Ich habe mich versucht und bin auch dabei, mich damit auseinanderzusetzen. Selbst ich habe die Musik, des Herrn Breutzmann heute nicht zum ersten Mal gehört, in Frankfurt, als ich es zum ersten Mal live hörte, hat es mich amüsiert, weil ich es mutig fand. Ich fand es mutig, damit auf eine Bühne zu gehen. Und ich habe es nun wieder gehört und ich kann damit nichts anfangen. Es ist für mich nicht musikalisch. Herr Schmidt? Mir fehlt etwas, von dem ich bisher geglaubt habe, dass es unbedingt zum Jazz gehört. Und das ist der Swing. Und ich glaube, dass man diese Dinge eben in Donaueschingen oder in Warschau dann doch viel besser hört, weil die dort eben dann gekonnter sind. Wir werden die Frage nach den Bezügen zur zeitgenössischen, klassischen oder modernen oder seriellen, wie immer Sie wollen, Musik noch später ansprechen. Jetzt erst noch Herr Miller. Gesamteindruck? Das ist eine Musik, die mich zunächst emotional sehr betrifft. Und das ist eine Musik, die mir auch musikalisch Spaß macht. Ich habe mich nun allerdings wohl auch eingehört in diese Musik. Zum Beispiel der Übergang ins Bass-Solo, dieses Abfallen der Intensität und wie plötzlich neue Klänge entwickelt werden. Das ist etwas, was mir rein ästhetisch-musikalisch auch Spaß macht. Gut, wir haben jetzt also die Eindrücke zusammengefasst. Und aus diesen Eindrücken ergeben sich natürlich eine Reihe von Fragen an Herrn Brötzmann wiederum. Kritische Einwände. Wer möchte sich hier zu Wort melden? Herr Schmidt. Ja, ich möchte gerne mal wissen, haben Sie irgendetwas wie ein System, das Sie Ihrer Musik zugrunde legen? Das System, was der Musik zugrunde liegt, das bin ich. Sonst gibt es nichts. Sie notieren die Musik auch nicht. Es gibt keine grafische Partitur. Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Es gibt, man kann natürlich grafische Partituren machen, das haben wir auch zum Teil gemacht. Aber wenn man sich lange genug kennt, und das ist das Wichtigste bei der Musik, fallen diese Dinge fort. Sie sind einfach nicht notwendig. Nun ist der Einwand ja oft erhoben worden, dass Musiker des Free Jazz, die eine solche wilde Klangorgie, wie sie sie produzieren beim Spielen hervorbringen, nicht in der Lage seien, auch normal ihr Instrument in Jazz-Variationen über, sagen wir, Summertime oder St. Louis Blues zum Sprechen zu bringen. Darf ich diese Frage auch als Diskussionsleiter an Sie richten? Sicherlich, aber was, wenn ich wollte, könnte ich Ihnen was vorspielen. Ich tue es nicht, weil es einfach nicht meine Sache ist. Aber diese Frage kommt immer zurück auf die Technik und dann werden immer die Stimmen laut, ja, der Mann, der kann nicht spielen, der hat keine Technik, der hat überhaupt nichts. Und das sind dann die Leute, die nur von sich selbst oder von irgendeinem alten Klischee ausgehen, die sich nicht mal die Mühe machen, einfach sich hinzusetzen einen Abend lang und mal zuzuhören und alles andere, was vorher und hinterher und daneben ist, abzuschalten, einfach mal da sitzen und hören. Das ist das Wichtigste vorerst. Herr Brotzmann, ich bin gern bereit, mir die Mühe zu machen und ich habe eben diese zwei, drei Minuten Stücke etwa mit viel größerem Vergnügen, auch ästhetischem Genuss gehört, als gelegentlich Dinge, die ich von Ihnen in der gelösteren Atmosphäre des Kellers gehört habe. Denn da, mein Eindruck, habe ich oft das Gefühl, dass Sie dann, wenn Sie über 20, 25 oder gar 30 Minuten improvisieren und musizieren, auch gelegentlich in jene Dinge verfallen, die Sie anders und traditioneller gebundeneren Formen des Jazz als Klischee vorwerfen. Natürlich, die Gefahr besteht bei jedem, da schließe ich mich absolut nicht aus, natürlich nicht. Und ich weiß nicht, wo Sie mich gehört haben. Ach, in Berlin und so. Naja, in Berlin habe ich nicht mit meiner Gruppe gespielt. Ja, eine andere Frage, Herr Brotzmann, Sie sagten, Sie sind sozusagen selber Maß aller Dinge. Meinen Sie nicht, dass Kunst, doch, Sie sagten, Sie selber wären sozusagen das Zentrum des Systems. Ja, natürlich bin ich das System meiner Musik, natürlich. Aber es geht nicht doch auch um Objektivierung, nicht? Nicht sehr. Ach so. Herr Miller sagte vorhin, dass der Free Jazz eine eigentlich normale Entwicklung sei, dass die Musiker glaubten, ein neues System finden zu müssen, um aus den Klischeevorstellungen herauszukommen. Bringen Sie das auch für sich in Anwendung? Meinen Sie, dass Sie mit den Mitteln, die der herkömmliche Jazz, wenn man es mal so sagen darf, ich möchte nicht sagen populärer Jazz, weil ich nicht der Meinung bin, dass Jazz überhaupt populär ist, sind Sie der Meinung, dass Sie mit den normalen Möglichkeiten, die der Jazz Ihnen bietet als Musiker, nicht auskommen und deswegen ausgebrochen sind in den Free Jazz? Natürlich, es ist bei den Musikern so, zum größten Teil so, die vor mir liegen. Also das ist zwar keine Generationsfrage, aber es ist tatsächlich zwischen Dolding und mir doch eine Generationsfrage, die ein paar Jahre dazwischen spielen, keine Rolle. Aber die Leute sind groß geworden mit irgendwelchen Vorbildern und sind sich nie der Aufgabe bewusst geworden, die man hat, sich selbst und der Gesellschaft gegenüber. Und da ist überhaupt der grundlegende Unterschied des Free Jazz zum herkömmlichen Jazz da. Ja, und das ist der hauptsächliche Punkt an dem ganzen Wechsel und an der ganzen Umformung. Ja, Herr Olsau. Herr Protzmann, die modernen Musiker, die so ähnlich spielen wie Sie, sind im Allgemeinen sehr stolz darauf, dass Sie einen sehr intensiven Dialog pflegen in Ihrer Musik. Und Sie nennen Ihre Platten auch so, Sie nennen sie Dialog oder Interplay oder Kommunikation. Worin besteht Ihrer Ansicht nach in Ihrer Musik das Gemeinsame, das Verbindende zwischen Ihnen und den anderen Musikern, die mit Ihnen spielen? Das Feeling. Immer noch dasselbe Feeling, das man hat zusammen. Ein thematisches Miteinander gibt es nicht mehr? Nee, nee. Also wenn ich recht verstanden habe, ich stelle mich jetzt mal auf den Standpunkt von Hänzchen klein. Sie spielen jeder für sich. Und doch glauben Sie, dass eine einheitliche Musik, die eine einheitliche Gesamtaussage von allen dreien hervorbringt, dabei entsteht? Ja, natürlich. Weil jeder dasselbe will. Und wenn drei Leute zusammenarbeiten an einer und derselben Sache, dann kommt, wenn es gut ist, auch was ordentliches dabei raus. Ja, sind da jetzt noch, bitteschön, Wortmeldungen an Ihren? Nein, nur vielleicht ergänzend, das greift ja das wieder auf, was Herr Miller eingangs sagte. Das ist also um Farbstufungen, Crescendi, Decrescendi geht und langsames Ineinanderübergehen dessen, was man früher Chorus in den anderen. Das sind so etwas Formkriterien. Ich möchte noch mal auf dieses Kriterium, das ich vorhin angesprochen habe, zurückkommen. Das ist meiner Ansicht nach noch etwas zu kurz gekommen. Bisher hat es ja auch in anderen Kunstformen immer gehiesen, man müsse zunächst einmal normal Akt zeichnen können, ehe man ein abstraktes Bild malen könne. Gilt das gleiche Argument nicht auch hier für die Musik? Es ist die Voraussetzung, zunächst einmal einen guten Blueschorus blasen zu können, ehe man sich darüber hinaus erhebt. Oder umgekehrt, sind nicht auch Musiker, die ihr Instrument gut beherrschen, in der Lage, ohne große Schwierigkeiten Free Jazz ihrer Art hervorzubringen? Ihre Antwort hätte ich gern auf diese Frage und dann wollen wir die gleiche Frage Herrn Doldinger vorlegen. Gut, zum Ersten. Es ist für einen Musiker, der heute arbeitet, nicht notwendig, das erst mal zu lernen, was Leute vor 50 Jahren getan haben. Es ist notwendig für den Musiker, dass er weiß, was er will, wo er sich befindet und wohin er mit seiner Sache will. Das ist das Hauptsächliche. Das Primäre ist wirklich nur diese eine Sache. Sekundär sind Dinge wie Technik und Bluespielen können und Chorus einhalten und was weiß ich. Wenn ich es brauche, dann kann ich es und wenn ich es nicht könnte, dann könnte ich es lernen. In dem Fall, ich würde es brauchen. Aber ich brauche es eben nicht. Gut, gleich werden wir die Frage an Herrn Doldinger richten. Zwischendurch wollte Herr Schmid noch etwas sagen. Ich war bisher immer der Ansicht, dass es in der Musik wichtig sei, ein Instrument technisch so zu beherrschen, dass man wirklich dann alles spielen kann. Ich glaube, man muss, was Herr Preutzmann hier gesagt hat, dagegen muss man einfach protestieren. Die Grundvoraussetzung der Musik ist einfach die Beherrschung des Instruments. Darf ich dazu vielleicht etwas sagen? Ich glaube, dass es etwas ganz anderes ist, ob man auf einem Instrument tonal spielt, das heißt Töne hervorbringen will, oder ob man Geräusche hervorbringen will. Ich glaube, dass es einer ganz anderen Technik bedarf, um so zu spielen. Herr Mild, ich kann Ihnen da wirklich nicht folgen. Also ich glaube, da können Sie, nun fragen Sie Herrn Doldinger oder fragen Sie immer auch, die Beherrschung des Instruments und die Beherrschung der Materie, ob sie nun 50 oder 100 Jahre alt ist, die ist doch einfach die Grundvoraussetzung dafür, dass man Musik macht. Ja, aber um eine Frage ist... Nein, das gebe ich ja zu. Das habe ich auch nicht bestritten. Es geht hier um eine Musik, die auf dem Instrument eine ganz bestimmte Technik, und zwar eine ganz bestimmte andere Technik, voraussetzt. Bin ich der Meinung. Also dürfen wir das vielleicht jetzt hier auszählen, wer der Meinung ist und wer nicht der Meinung ist. Herr Schmidt und Herr Loch sind die Free-Jazz-Gegner offensichtlich. Nein, nein, nein. Ich bin kein Free-Jazz-Anhänger, aber ich bin von einem sinnvollen Free-Jazz. Darf ich dazu eine grundsätzliche Frage stellen? Kurz bitte, wir müssen gleich weiter. Ja, ich bin nämlich der Meinung, dass man dann die Frage klären muss, ist Jazzmusik und ist Free-Jazz Jazz? Denn wenn Jazz Musik sein soll, dann muss man auch die Maßstäbe in Anwendung bringen dürfen, die man normalerweise Musikern gegenüber in Anwendung bringt. Und wenn der Free-Jazz sich dieser normalen Maßstäbe entziehen will, dann muss man sich überlegen, ob es dann noch Jazz und somit Musik ist oder nicht. Gut, wir werden gleich nochmal diese Frage, die Frage der Terminologie, die werde ich gleich noch... Darf ich noch was dazu sagen? Es ist doch auch so, Sie als Journalist müssen doch schreiben können, sonst versagen Sie doch. Das ist doch hier auch, der Musiker muss doch das Instrument perfekt beherrschen können, sonst kann er sich überhaupt nicht ausdrücken. Ja, er beherrscht es ja auch, aber er beherrscht es in einer anderen Sprache. Nein, das ist mir zu wagt. Ein so differenziertes Geräusch hervorzubringen, wie das Herr Breutzmann tut, das ist enorm schwierig. Kann ich mir vorstellen. Diese Frage möchte ich jetzt sofort an Herrn Doldinge richten. Ist es enorm schwierig, ein so differenziertes Geräusch herauszubringen, oder kann man, wenn man sein Instrument beherrscht, auch tun? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie versuchen würden, uns mal so ein paar Läufe herauf und herunter mit differenzierten Geräuschen hervorzubringen auf dem Instrument. Will ich, wenn ich jetzt ohne Kommentar jetzt gleich hier loslegen würde? Nein, ich möchte auch gerne einen Kommentar dazu haben. Vorweg, es ist möglich natürlich. Außerdem möchte ich ganz zu Anfang einmal sagen, diese Alternative Pop-Jazz, Free-Jazz ist nicht gerecht. Der Jazz ist nicht populär, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ja, wir kommen da gleich noch dazu. Das ist kein Pop-Jazz. Zweitens, es wurde immer gesagt, beim herkömmlichen Jazz höre man nur Klischees. Heutzutage noch das stimmt nicht. Nein, das ist nur von einer Meinung vertreten worden. Ich meine, die Musik, die ich vorhin hörte, habe ich bereits aus Amerika natürlich auch schon wesentlich besser gehört, von Herrn Archie Sepp oder von Albert Iler zum Beispiel. Also ich meine, das sind also auch schon Klischees in sich. Dazu ist die Musik also auch schon zu, wir haben 1960 angesetzt. Also diese Musik gibt es schon, solange ist es klar, das ist also auch jetzt nur noch eine Folge. So neu ist es auch nicht. Drittens, mal möchte ich sagen, ich bin bestimmt nicht gegen den Free-Jazz. Das wäre dumm und töricht. Die Musikentwicklung muss weitergehen, auch im Jazz. Der Free-Jazz ist aber nur eine Entwicklung von vielen möglichen. Der normale Jazz ist noch nicht am Ende, bestimmt nicht. Und ich meine, ich glaube, dass ich das als Musiker ein bisschen besser beurteilen kann. Nun, weiter möchte ich sagen, was mich persönlich ein wenig irritiert, beziehungsweise vielleicht sogar missstimmt, ist die Tatsache, dass im Free-Jazz Leute ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, die sonst im normalen Jazz kein Bein auf die Erde kriegen würden. Das ist meine feste Überzeugung. Entschuldigung, ich bin seit zehn Jahren Berufsmusiker. Ich kenne praktisch alle Musiker, die es hier in Deutschland gab, nach dem Krieg, Jazzmusiker. Und ich habe von Ihnen, Herr Boltzmann, noch nie etwas gehört. Das nur nebenbei. Ich möchte fortfahren und die Frage stellen, was ist eigentlich erforderlich, um Musik zu machen, um als Musiker nun zu der Frage, die vorhin schon mal angeschnitten wurde, Stellung zu nehmen. Ich meine, es fängt an damit, dass man sich eine vernünftige Intonation zulegt, dass man also den Normalton zunächst mal beherrscht im klassischen Sinn. Was man später tut, ist eine andere Frage. Zweitens, dass man Tonleitern übt, dass man sämtliche Tonleitern spielen kann, also Dur, Moll und so weiter, dass man die Akkorde beherrscht, das gesamte harmonische System, dass man eine vernünftige manuelle Technik sich aneignet. Dass man sich theoretisch ein wenig informiert über das, was es bereits gab. Drittens, dass man, das ist überhaupt eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man über eine gewisse musikalische Sensibilität, beziehungsweise auch um musikalischen Intellekt verfügt. Über musikalischen Intellekt verfügt. Denn nur das befähigt den Musiker ja beim Improvisieren sinnvoll zu spielen und bewusst zu spielen. Ich meine, Improvisieren ist ja nicht, dass man nur einfach anfängt und losdudelt, rein nach Emotionen, bestimmt nicht. Sie müssen ja einen Verstand haben, der die Sache auch steuert. Erst dann wird es sinnvoll. Und die Sensibilität ist erforderlich, um überhaupt zusammenzuspielen und eine Dynamik ins Spiel hineinzubringen. Was sonst geschieht, ist ein musikalisches Chaos, das also, Entschuldigung, für mich nur klingt wie Schweineschlachtung, Entschuldigung, oder ein musikalisches Sich-Auskotzen. Sonst nichts. Ich würde es sehr schön finden, wenn Sie uns den musikalischen Spaß machten, auf dem Saxophon Free-Jazz oder etwas Ähnliches zu spielen. Eigentlich wäre es ja fair, wenn Herr Brötzmann zunächst demonstrieren würde, wie schön er Blues, beziehungsweise Summertime spielen kann. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, Herr Miller hatte das Argument gebracht, und ich nehme das ihm ab, dass es eben eine Sprache ist, wo das nicht erforderlich ist. In meiner Sprache ist das, was ich demonstrieren soll, auch nicht. Nein. Aber des Ganzen halber möchte ich das Ihnen demonstrieren. Sie haben mich darum gebeten, ich muss dazu wohl oder übel Stellung nehmen. Ich kann nichts dafür. Es ist klar, dass ich mich nicht so engagieren kann dafür. Ich möchte nur beweisen, weil die Frage von Herrn Olshausen auch bezweifelt wurde, dass man solche Geräusche der normalen Voraussetzungen auch auf einem Instrument hervorbringen könnte. Also zum Beispiel, Sie können quietschen. Kein Problem. Sie können rauf und runter gehen. Ja, also ich meine, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, wer Ihnen erzählt hat, dass man das unter normalen Voraussetzungen als Musiker nicht machen kann. Ich kann das weiter fortführen. Es gibt ja im Free Jazz auch Pianisten, die ihr Instrument auf folgende Art und Weise zu spielen pflegen. Um ein Beispiel zu bringen. Ja. Oder der Bassist sägt auf seinem Bass rum. Der Schlagzeuger haut auf Schlagzeug. Aber ich meine, wo bleibt da der Sinn und der Verstand? Ich erwarte von der Musik ein bisschen mehr. Gut. Darf ich diese Frage gleich an Herrn Miller weitergeben? Wo bleibt der Sinn und Verstand? Und ist es genug, wenn man solche Geräusche hervorbringt? Oder was muss noch mehr dazu kommen? Das Entscheidende ist ja nicht, dass man, wir haben jetzt also hier zwei Beispiele gehabt, zwei verschiedene Geräusche hervorbringen kann. Das Entscheidende ist die Kombination dieser Geräusche, die Entwicklung. Wie werden sie fortgeführt? Das ist das Entscheidende. Und da fängt eben die Musik auch in dieser Sprache an. Ich möchte es mal mit einem Wissen näher erläutern. Ich verstehe Sie jetzt offen gestanden nicht. Was meinen Sie damit? Sehen Sie, Sie haben jetzt zwei verschiedene Geräusche auf Ihrem Instrument gespielt. Gut, das können Sie. Aber können Sie jetzt, sagen wir logisch, diese Geräusche so entwickeln, dass ein Stück, sagen wir, einen Bogen von fünf Minuten bekommt? Warum nicht? Natürlich. Ja, das ist damit aber noch nicht möglich. Es ging ja jetzt ja lediglich zunächst mal um die Technik. Ist es überhaupt möglich, derartige Geräusche hervorzubringen? Das ist möglich. Das ist auch nicht bestritten worden. Entscheidend ist aber doch... Doch, es ist bestritten worden. Ja, aber dafür... Entschuldigung, Herr Doldinger. Dafür benutzen Sie aber auch eine andere Technik als die, die Sie benutzen, wenn Sie Töne spielen. Verstehen Sie, das ist doch... Ja, aber anderes haben wir überhaupt nicht behauptet. Ja, aber diese Technik, die hat er ja jetzt angewandt, ohne überhaupt die Technik je zu üben. Ja, darf ich hier abbrechen? Das ist doch gar keine Technik, wenn einer etwas machen kann, ohne das überhaupt jemals vorher getan zu haben. Ohne Engagement umgreifen, ich meine. Ohne Engagement. Und er kann es auf einmal, dann ist es doch... Wir wollen das abbrechen. Ich bin der Meinung, dass die Frage wirklich ausreichend beantwortet ist von beiden Seiten. Hier stehen einfach zwei verschiedene Meinungen aneinander gegenüber und die sollten wir auch bestehen lassen als Meinungen für sich, die von Herrn Miller und von Herrn Plotzmann... Ich bedauere es, mich so in Rage geredet zu haben. Ich bin im Grunde genommen gar nicht gegen Neuerung, überhaupt gegen Fortentwicklung. Im Gegenteil, ich bemühe mich auf meine bescheidene Art und Weise selber darum. Aber so geht es nicht. Gut, danke. Das war als Statement Schlusswort von Ihnen jetzt in diesem Zusammenhang. Ich möchte Herrn Schmidt, der sowieso noch was sagen wollte, kurz noch... Ich möchte Sie nämlich fragen, Sie sagen immer von dem großen Bogen, den kann ich leider nicht hören, aber wenn Sie schon ihn erkennen, dann können Sie mir vielleicht auch sagen, welches formale Prinzip dieser Musik von Herrn Plotzmann zugrunde liegt. Nun, also die Form, die entsteht, ist völlig unvorhersehbar. Es gibt keine vorgeformte Form. Es ist genau das Prinzip, das in der ganz avancierten Konzertmusik auch benutzt wird, das Prinzip der offenen Form. Da liegen Sie falsch. In der Konzertsaalmusik, wo Sie sie auch hören, in Donnerischingen oder in Warschau... Und ich spreche von Herrn Cage zum Beispiel. Ja, das ist ein Extremfall. Aber wenn Sie Musik spielen wollen, dann müssen Sie doch eine bestimmte Form haben. Ohne das geht es doch überhaupt gar nicht. Nein, darf ich mal versuchen zu erläutern, sehr kurz, wie hier Form entsteht. Also der Musiker geht aus von einem ersten Klang, den er hat. Und jetzt hat er verschiedene Wahlmöglichkeiten, wie er diesen Klang weiterentwickelt. Ja, er kann diesen Klang steigern, dynamisch steigern. Er kann einen Kontrast zu einem, sagen wir, einem langen Ton, einem Kontrast bilden. Er hat jeweils auf jeder Ebene verschiedene Wahlmöglichkeiten, in denen er sich sinnvoll fortbewegen kann. Ja, und das Entscheidende ist, dass jetzt diese Wahlmöglichkeiten ihn natürlich zum Schluss her, zum Schluss hin immer mehr festlegen. Dass er also aus der ersten, sehr breiten Wahlmöglichkeit sich immer mehr einengt, bis er schließlich dann den Bogen zurückfindet. Also ich bin bestimmt kein konservativer Mensch, aber haben Sie das wirklich alles da gehört? Ja, tut mir leid. Ich nicht. Danke, danke genug. Wir möchten gleich noch ein anderes Thema, nämlich das nach dem populären Jazz anschneiden. Aber wir sollten vorher Herrn Doldinger das Wort wieder musikalisch geben. Und wir möchten jetzt gern den Quartenwalzer von Ihnen haben. Und wir möchten gerne den Quartenwalzer von Ihnen haben. Und wir möchten gerne den Quartenwalzer von Ihnen haben. Und wir möchten gerne den Quartenwalzer von Ihnen haben. Und wir möchten den Quartenwalzer von Ihnen haben. Vielen Dank. 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 Sie sagten eben, dass der Jazz überhaupt nicht populär ist, dass sich aber die Musiker bemühen, das Publikum zu erreichen. Herr Dr. Wachler, auf welchem Wege versuchen Sie das Publikum zu erreichen? Nun, ich würde nicht sagen, indem Sie unbedingt populär spielen. Man darf populär natürlich überhaupt nicht mit Seicht verwechseln, aber indem Sie zum Publikum hinspielen. Und das ist beispielsweise ein Vorwurf, wenn wir noch mal kurz darauf zurückkommen dürfen, dass er nicht zum Publikum hinspielt, sondern sich selber spielt gleichsam. Ja, der Jazz ist doch immer eine Musik gewesen, so heißt es jedenfalls in den Jazzbüchern, der die Psyche und den seelischen Zustand des Musikers in den Vordergrund stellt und diesen spiegelt. Wie ist das zu vereinbaren, wie ist das zu vereinbaren mit dem Hinwenden zum Publikum hinspielen? Ja, aber unter dem Applaus des Publikums. Natürlich, natürlich. Herr Burka, dazu eine? Nein, nein, ich bin der Ansicht. Ohne Publikum war es, glaube ich, immer schwierig. Ich glaube, das Wesentlichste im Jazz hat sich immer vor einem Publikum abgespielt, im Kontakt zum Publikum und bestimmt nicht hinter verschlossenen Türen. Da kann man üben, aber nicht musizieren. Also, im Wesentlichen hat sich natürlich auch nicht im Plattenstudium im Grunde ereignet, sondern immer erst vorher vor einem Publikum und dann erst auf einem Konzertpodium oder in einem Plattenstudio zum Beispiel. Ich glaube, er will im besten Sinne unterhalten sein. Selbst ein so altmodischer Musiker wie Art Bleki möchte gerne unterhalten, nicht? Ja, wir haben das hier ein bisschen am grünen Tisch im Elfenbeinturm jetzt besprochen. Die Frage betrifft natürlich vor allen Dingen Herrn Doldinger. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, welche Konzessionen Sie Ihrem Publikum bereit sind zu machen, um es zu erreichen? Und was für Möglichkeiten Sie überhaupt sehen, das Publikum anzusprechen mit musikalischen Mitteln? Das sind also mehrere Fragen, nicht? Konzessionen, das klingt immer so ein bisschen anruhig. Ich mache, wenn Sie so wollen, gerne Konzessionen, weil ich überhaupt gerne musiziere. Ich habe Musik studiert. Ich habe mich von frühester Kindheit darum bemüht, mein Instrument zu erlernen. Ich habe während meiner Schulzeit in einer Dix-Land-Band gespielt. Nebenher haben wir musiziert. Wir haben zum Beispiel in einem Trio gespielt. Mozart, das Kegelstadt-Trio oder ich habe vierhändig mit Kommilitonen Klavier gespielt und so weiter. Letztlich, es geht halt ums Musizieren und heutzutage gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich meine, gerade dadurch, dass der Rhythm im Blues en vogue ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn man schon über die Möglichkeit, selber über die Fähigkeit verfügt, diese Art von Musik zu spielen, eben auch ein breiteres Publikum zu erreichen über den Rhythm im Blues, der ja nicht zuletzt auch eine der Quellen des modernen Jazz ist. Ich meine, wie Sie alle wissen, Charlie Parker hat eine Art Rhythm im Blues-Band gespielt oder John Coltrane. Ich meine, das sind also die Quellen des modernen Jazz und warum soll man nicht einmal auf die Quelle zurückgreifen, wenn man als Musiker die Fähigkeit besitzt, dieses zu tun und das auch noch mit Freude zu tun? Es ist eine Sache, wenn Sie neben dem Jazz Mozart spielen, einerseits oder andererseits Beat spielen, das berührt Ihre Position als Jazzmusiker kaum, weder das eine noch das andere. Nein, ich halte mich nicht für ein Genie, ich will nur Musiker sein. Genau, aber wenn Sie nun Jazz spielen, wie weit, glauben Sie, können Sie dem Beat-Publikum, dem modischen Publikum, das auf der Rhythm im Blues-Welle liegt, musikalisch entgegenkommen, ohne den Jazz aufzugeben? Ich möchte die Frage gern musikalisch beantwortet haben. Ich bin der Überzeugung, dass wir, selbst wenn wir Konzessionen machen, in Anführungszeichen, dass wir dann das normale Beat-Publikum natürlich nicht erreichen, das ist auch nicht Sinn der Sache. Darum geht es uns ja auch gar nicht. Es ist nur so, dass man eben auch mal eine fröhliche Musik spielen möchte, eine fröhlichere als nur anspruchsvolle Balladen oder Stücke mit anspruchsvollen Changes-Akkordfolgen. Ich meine, das war ja schon von jeher so, im Barock-Zeitalter, die Komponisten haben ja auch Tafelmusiken geschrieben, die also wirklich nicht anspruchsvoll waren. Warum soll man heutzutage nicht auch mal in einem etwas anspruchslosen Rahmen musizieren dürfen? Sie spielen aber auch Rhythm and Blues anspruchsvoll und darum möchte ich Sie jetzt bitten. Ich meine, das war ja schon. 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 Ja, das war ja schon. Ich meine, das war ja schon. Wir haben ganz kurz anschneiden und ganz kurz beantwortet von Ihnen. Herr Miller, glauben Sie, dass sich die gegenwärtig doch offenbar sehr weit klaffende Kluft zwischen populärem, herkömmlichen Jazz und andererseits dem Free-Jazz, dem avantgardistischen Jazz irgendwann schließen wird? Ganz kurz bitte. Ich glaube, sie ist sogar schon dabei, sich zu schließen. Die Pop-Jazzmusiker, wenn man so sagen darf, nehmen in zunehmendem Maße auch Mittel des Free-Jazz auf. Und es gibt inzwischen auch Gruppen, die vom Free-Jazz herkommen, die also wieder doch mehr mit durchlaufendem Rhythmus und solchen Dingen spielen. Ich glaube, dass doch hier eine Mitte da ist und schon im Beginn ist, sich zu entwickeln. Herr Olshausen, glauben Sie, dass sich mit Mitteln des herkömmlichen Jazz auch über die gegenwärtige Situation des Jazz hinauskommen lässt, dass also der Free-Jazz nicht die einzige Alternative wäre? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn ich finde, dass der Free-Jazz sich so logisch und auch relativ langsam entwickelt hat, dass man sich eine andere Entwicklung kaum vorstellen kann. Das wäre rein hypothetisch. Herr Schmidt, meinen Sie, dass die Free-Jazz-Musiker, die heute doch ohne Publikum oder nur für ein ganz kleines Publikum spielen, irgendwann ein größeres Publikum ansprechen werden? Nie, nie. Das wird nicht geschehen. Es gibt auch eine Parallele zur sogenannten Kunstmusik. Wir leben zum ersten Mal seit der Renaissance in einem Zeitalter, wo die Musiker so total vom Publikum getrennt sind wie eben noch nie. Und ich glaube, erst wenn sich diese Kluft schließt und die kann sich nur schließen, in der Kunstmusik und im Free-Jazz, auf dem Rückweg zur Tonalität, dann erst, glaube ich, stimmen die Dinge wieder. Ist das auch Ihre Meinung oder meinen Sie, dass diese beiden Dinge so auseinanderklaffen, bleiben oder ob sie sich schließen? Ich glaube nicht, dass sie so auseinanderklaffen. Eigentlich gar nicht. Denn sowohl die herkömmlichen Jazzmusiker akzeptieren die wirklich genial veranlagten Initiatoren des Free-Jazz wie Ornett Coleman. Die stehen gar nicht zur Diskussion. Man wird diese Leute, sie sind anerkannt, man wird sie auch weiterhin anerkennen. Und ich glaube, dass Musiker wie George Russell, die eigentlich vom normalen Jazz-Herkommen bereits zu einer Form gefunden haben, die für alle praktizierenden modernen Jazzmusiker akzeptabel sind und sie sich alle auf diesem Weg einigen können. Letzte Frage an Dr. Wachler und Werner Burkhardt. Wohin, meinen Sie, wird sich der Jazz entwickeln? Ja? Ja, bitteschön. Schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass im Free-Jazz Möglichkeiten sind. Vielleicht nicht, Herr Schmidt, unbedingt durch Rückkehr zur Tonalität, sondern dadurch, dass, wie Herr Loch sagt, sich gewisse formale Dinge festigen und leichter überschaubar sind. Etwa in Deutschland haben wir das Manfred-Schof-Quintett, das diese Dinge praktiziert. Und dann hoffe ich, dass der Blues nebenbei auch immer noch eine erfreuliche Rolle spielen wird. Ich bin für den Free-Jazz beinahe etwas optimistischer als Herr Miller. Denn das, was er angedeutet hat, ist eigentlich der Tod des Free-Jazz. Ich glaube eher, dass er tatsächlich selbstständig nebenher weiter bestehen wird, aber nur nebenher, neben vielem anderen. Und ohne Publikum, nicht? Und ohne Publikum. Das ist sein Unglück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sicher gemerkt haben, dass wir Ihnen mit dem Free-Jazz des Brötzmann-Trios keine Experimente von hoffnungslosen Außenseitern gezeigt haben, sondern dass wir Ihnen doch versucht haben, eine Diskussion nahe zu bringen, die heute in der ganzen Jazz-Öffentlichkeit geführt wird, die eine große Rolle spielt für den Jazz, für die Weiterentwicklung des Jazz und das heutige Jazz-Leben. Und die vielleicht auch, wie die Schlussbemerkung von Herrn Dr. Wachler zeigte, für die Weiterentwicklung des herkömmlichen Jazz eine Rolle spielen wird. Wir hatten vor, diese Sendung mit einem versöhnlichen Akzent zu schließen. Und wir hatten vor, beide Gruppen, das Brötzmann-Trio und das Klaus-Doldinger-Quartett, zusammenspielen zu lassen. Aber beide musikalischen Sprachen klaffen doch im gegenwärtigen Stadium noch so weit auseinander, dass das weder praktikabel noch vielleicht auch menschlich möglich war. Wir möchten also anstelle der ansonsten in solchen Diskussionen üblichen Schluss-Jam-Session eine Aufeinanderfolge von noch einmal zwei kurzen Auftritten des Brötzmann-Trios und des Klaus-Doldinger-Quartetts stellen, die ineinander übergehen. Wenn es überhaupt ein Fazit für diese Diskussion geben sollte, dann wäre es doch meiner Ansicht nach, wenn ich mir dieses Schlusswort erlauben darf, dieses, dass die Jazz-Szene gegenwärtig in zwei Teile, in zwei Lager auseinandergebrochen ist, die vielleicht dann mal wieder zueinander finden. Das wird aber indes die Zukunft erweisen müssen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik Musik